so freunde hier noch ein kleines info video ich verabschiede mich jetzt einfach mal von euch ich habe jetzt noch 40 minuten bevor das taxi kommt von daher dachte ich mir jetzt noch mal schnell dann kann der noch schnell durchrennen hochladen und dann kann ich es veröffentlichen ja ich hau heute ab von dem projekt näher hat nicht alles so hingehauen wie ich es mir erhofft hatte bei den montags und mittwochs projekten die lang nur bis zum 26 10 das heißt ihr müsst ungefähr naja ist ja mal ein bis zwei wochen ohne folgen auskommen dienstag läuft durch donnerstag läuft durch freitag läuft durch samstag und sonntag läuft ebenfalls durch wobei für sonntag einmal eine ausnahmefolge kam weil wir es hier nicht ganz geschafft haben haben dann brutzi und ich gesagt gut da machen halt eben was anders ja minecraft wird nur noch alle zwei tage kommen und da genügen die folgen auch nur bis zum 24 10 das heißt also da müsste auch so eine woche zwei je nachdem ich weiß nicht wann genau mein flieger zurückgeht je nachdem müsste dann so ein bisschen auskommen ich werde jetzt noch so ein paar einzelne sachen hier mit einpacken zusammen packen und mich dann langsam drauf und dran machen dass ich hier nach unten gehen auf mein taxi warte noch mal im kopf 18 mal alles durchgehen ob ich auch wirklich alles habe gucken ob wirklich alles aus ist gucken ob die fenster wirklich zu sind und so weiter dass die katze vom herd ist und so weiter und so fort das kennt man ja das übliche und ja ich wünsche euch auf jeden fall eine schöne zeit ich wünsche euch viel spaß noch auf meinem kanal und ja wenn ich wieder da bin würde ich sagen dann machen wir erst mal ein großes wiedersehen video bis dahin ich wünsche euch was freunde wir sehen uns im november haut rein macht es gut und schlussikowski